Angriff der Krokodile. Sie haben den stärksten Biss im gesamten Tierreich. Sie sind laut Statistik 100 Mal gefährlicher als Haie. Panzerechsen aus der Urzeit. Die Salzwasserkrokodile von Banco Chinchorro. Wie verrückt muss man eigentlich sein, um freiwillig mit einem Salzwasserkrokodil ins Wasser zu steigen? Gar nicht mal so verrückt, wenn man ein paar Sicherheitsvorkehrungen beachtet. Erstens, niemals alleine zu den Krokodilen ins Wasser gehen. Zweitens, die Krokodile immer im Auge behalten und ihnen niemals den Rücken zudrehen. Und drittens, keine Panik. Lautes Planschen oder Wegschwimmen könnte einen Angriff provozieren. Einmal waren sieben Krokodile gleichzeitig um mich herum, die das Wasser aufwirbelten. Plötzlich konnte ich nichts mehr sehen. Ich wusste, da sind sieben Krokos in unmittelbarer Nähe. Ich wusste nur nicht wo. Ich erstarrte zur Salzsäule und bewegte mich nicht, weil ich Angst hatte, auf eins draufzutreten. Aber zum Glück ist nichts passiert.